Mein Schrank hat heute gewählt Trinkt das Bier in den Balken Dude, geh auf von mir! Und mein Bude, dir ist nice und ich sehe aus wie eins und... Lieben wir! Ey, was geht, Alter? Damit herzlich willkommen wieder back, Alter! Ich bin back wie keine Ahnung was, Mann. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Aber Urlaubsstimmung ist nicht zurück, ist immer noch da. Kurzes Video aus dem Urlaub. Urlaub war geil. Guckt euch den an, Junge, den wollte ich mir kaufen. Ich wollte ihn mir einfach kaufen. Bis dann meine Mom gesagt hat, was willst du mit dem Scheiß? Aber sein Booty ist nice. Jungs, Alter, Jungs, ich hab's wieder vermisst. Ich hab's wieder vermisst, hier vor der Kamera zu stehen und... Irgendwas zu schrotten, Alter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der geilsten TikToks, die ich je gesehen hab. Ich habe gehört, dass dieses Spiel gerade sehr beliebt ist. Wow, nur einen Schoß und du bist schon Level 80. Ja, Mann, Alter. Ja, Mann. Und ich habe gerade gehört, dass dieses Spiel auch sehr beliebt ist. Ich mein, Digga, der jagt in einen Schweinen Stock rein. Der Booty ist nice, seine Bitch so streikt. Was eine Werbung schon wieder. Fast, Digga. Aber die Frage ist nur, wer sagt sie ihm? Junge, Alter, Bruder, ey. Da bin ich raus. Da bin ich wieder drin. Herzlich willkommen. Morgen so? Also ich bin auch Solo. Junge, was geht denn hier ab, Alter? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte nein. Alles klar, Digga. Schwächen von jedem Jungen, wenn sie ihren Körper verkauft. Schau mal vor, du hast eine Freundin, Digga, die verballert ihren Körper. Für 2,50 Euro Onlyfans ab. Oh, so eine Schwäche, Mann. Oh mein Gott. Hey Schatz, hi. Ich wollte nur kurz was sagen. Ich habe eben 20 Minuten lang so getan, als wäre ich eine Tortellini. Oh, warte mal ganz kurz, meine Oma ruft an. I'm begging. Mach ich persönlich auch immer. Der kam unerwartet. Hast du dein Reddit schon gesehen? Ich habe leider keins. Also ich habe ja auch keinen Onlyfans und so. Aber wie gesagt, ne, bald vielleicht. Also das mit dem TikTok, ich war ja in diesem... Wie heißt der, warte dich, ich habe es auf meinem Handy. Wie heißt der Typ? Moment. Ton verändert. Ey, yo, was geht? Ey, wenn du jemals Onlyfans haben solltest, kriege ich deinen VIP-Zugang. Machs Ende der Jagd. Werden die Hasen gezählt. Am Beggy. Einfach türkischer Basabi-Likes. Weißt du, die kommen so, du kommst so türkischer Basar. Jeder, wirklich jeder. Ey, komm, valla, bei mir 100% gute Qualität. Und der eine kommt dann so, dreht so seinen Fidget-Spinner so auf den Boden. In der Hoffnung, dass du das Ding kaufst. Was habe ich gemacht? Ich habe das Ding wegge-eatet. Nein, habe ich nicht, sonst hätte der mich gefetzt. Heute zeige ich euch, wie man ein Glas mit einem Megafon zerspringen lässt. Alles klar, danke für den Lifehack. Heute zeige ich euch, wie ihr Chips-Tüte mit Hund aufmachen könnt. Folgt für weitere Lifehacks. Okay, ich halte die Fresse, Digga. Oder du bist einfach ein Bastard und hörst auf, so eine scheiß Werbung zu machen. Wie wäre es damit, hä? Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall schöne, fröhliche und erholsame Weihnachten. Ich muss jetzt das Video schneiden, es muss in 10 Minuten online kommen.